Okay, da haben wir auch einen Speicherpunkt. Warum steht hier kein Händler mehr rum? Bin ja gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Ist aber direkt hier, direkt vor der Eingangshülse. Unglaublich. Ist ja ein sehr seltsames Gebäude. Pumro. Da ist er. Oh mein Gott, das ist das Schlimmste. Wenn die noch nicht mal wissen, wer man ist, weißt du? Ah ja. Diese Augen habe ich schon mal gesehen. Ich wusste es. Echt jetzt. Um dich zu töten. Der Mann mit der schönen Stimme, laut Nicole. Ja, ich erinnere ihn ziemlich gut. Der Mann wusste, wie ein Speicher. Und er war kein Fug. Es war nicht einfach, ihn runterzubringen. Aber, wenn wir ihn runterzubringen, haben wir es. Für alle seine Vierteln hat dein Vater viel zu viele Enemies. Es ist nicht gut für eine Gesundheit. Na, ist immer mies. Wenn man einer der Guten ist, wie viele Böse das nicht mögen. Oh. Der Wahnsinn Weg. Oder so. Er kam, um etwas zu wissen, was er kein Recht zu wissen hatte. Und es fiel zu meinen Freunden und ich, um Dinge wieder unter den Rücken zu spüren. Oh. Ich sehe. Aber sicherlich, du kennst es gut genug. Streich gegen einen anderen. Und du erinnert einen Streich und zurück. Ich kann sagen, der Affe fällt nicht weit vom Baum. Oder so. Aber nö. Ist das so? Diese Dagger hat niemals meinen Seite verlinkt. Gott sei Dank, ich habe es doch nicht verkauft. Reingehabt. Ich habe es nicht einmal verlinkt. Just as my memories of my father have never left me. He always told me to be true to my beliefs. To have faith in myself and never fail to carry out what I know. must be done. But I gather have faith. I gather have faith. Entschuldigung. You three bearing the mark of the crow. I will kill you all. That is the only thing I believe in now. That is my reason for being. Be prepared to meet your fate crow. Die hört sich ein bisschen an wie Wonder Woman. Die Schauspielerin. Also ich gucke das ja alles auf Englisch. Egal, weiter hier. Gal Gadot. Oder Ghetto. Oh, mhm. You aren't the first to say such words to me. Ah ja. Sorry. Schon wieder zu früh, die Texte da brauchen. I am Rufus, the left wing of the crow. Linke Flügel, der Krähe. Uh. Now come, precious daughter of house Azelheart. I will send you to your father's side. Uh. Oh. Der sieht krass aus. Oh, der hat eine übelst krasse Schulter, der Typ. Bin ja voll neidisch auf den. Mal so, auf die Prügel da hat es gerade voll, gleich voll gegen die Stirn oder so, ja. Können wir warten, wen hat er denn dabei? Zwei Spießgesellen. Obsidian Mitglied 1 und Obsidian Mitglied 2. Dankeschön. Okay, und er selbst, der Hofus, linker Arm. Äh, linker Mann. Ich kann mich gerade nur auf den Arm konzentrieren. Meine Fresse, so in den Arm hätte ich auch. Das sollte man beiden werden. Egal, äh. So, lasst mich doch mal gucken. Wir haben schon rausgefunden, die beiden Kollegen hinten sind schwach gegen Axt und der Kollege gegen Stock. Alles klar. Können wir das noch ein bisschen mehr ausbauen. Zum Beispiel gegen Dolch. Ausgezeichnet. Damn, gibt das Ende 268. Ausgezeichnet. So. Ähm. Was jetzt völlig vergessen habe? Also, ich habe tatsächlich von der letzten zu dieser Aufnahme zwei, drei Levelchen gemacht. und Primrose einen Elementarhut gegeben. Ja, so dass sie ein bisschen mehr Elementarangriff hat und so weiter. Ja, weil mir jetzt ein bisschen mickrig erschien. Vor allem, weil Nicole meinte, sie hat die Primrose von Anfang an auf Elementar gedenkt und die geht voll ab. Ja. Also, die, die Primrose. Nicht die Nicole. Wahrscheinlich. Oder vielleicht doch. Egal. Schönen Gruß, Nicole. So, lache ich mich doch mal gucken. Was machen wir denn mit hier? Wir könnten mit hier eigentlich direkt mal so ein wenig Gift reinhauen. Geht das jetzt endlich mal wieder? Ich konnte Ewigkeiten niemanden mehr vernünftig vergiften. Jawohl, vier Runden. So, und Primrose, äh, mit dir machen wir tatsächlich auch erst mal Dolchangriffieren. Okay, nein, er ist nicht schwach gegen Dolch. So, und Kollege Gelehrter wird dann direkt mal weiter analysieren. Okay, Speer haben wir leider nicht. Und Licht, okay, haben wir auch nicht. Schade. Sehr, sehr schade. Ich hätte jetzt gedacht, hier kommt irgendwas Dunkelheitmäßiges. Oh, das war ein Flächenangriff, der kam nicht zu knapp rein. 300 hat er, hat er gerade gepäusent bekommen. Oh, Gott. So, was wird wohl hier die zweite, die zweite, beziehungsweise die letzte Schwäche von dem Kollegen Rufus sein. Was machen wir denn mit dir jetzt gerade mal? Äh, das ist eine richtig gute Frage. Äxte sind auf jeden Fall hinten gefragt. Da können wir auf jeden Fall mal ein bisschen zu langen. Und einen von denen zumindest Stunnen. Jetzt nicht unbedingt der erste, der dran ist, aber immerhin. So, das können wir aber mit dir machen. Sehr schön. Wenn schon, nein, hat der drei gehabt. Shit, habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Ach so, Primorus hat jetzt das obskure Messer, wodurch sie einen noch höheren elementaren Angriff hinbekommen. Jaja, ich bin schon sehr gespannt, weil seit dem, seit dem elementaren Hut habe ich sie nicht mehr angreifen sehen. Mit Dunkelgedöns. Okay, äh, er hat sieben Schliffel mir gerade so auf. Sieben. Oh mein Gott. Warte. Wir analysieren ihn erstmal fertig. Was ist denn hier? Blitz, na Gott sei Dank Blitz. Wir haben Gott sei Dank Sirus dabei, Sirus dabei, der Blitz hat hier. Ähm, ist natürlich eine dezente, warte mal, den Boost schenken wir uns mal, aber zumindest hier mal zweimal reinhauen. Okay, sehr schön. Aber wie ist noch fünf runter? So, und du, ähm, mhm, mit Therion habe ich gemerkt, das FP teilen ist eine saubere Sache, wenn der jetzt mit ein bisschen Boost kommt, denn bis zu 150 oder 200% FP kann man weitergeben. Ja, äh, finde ich cool, finde ich cool. Das Problem ist, man kann dann nachher nicht FP stehlen, wenn man null FP hat. Hm, weil FP stehlen kostet FP. Höh, Sachen gibt's. Das kommt natürlich auch mal vor. eh, was machen wir denn mit dir jetzt? Ähm, am besten einfach mal, einfach mal ordentlich hinten zu lang. Jawohl, wie sich das gehört. Wie der auch einfach reinhaut, der Typ, das ist ja unglaublich. So, Primrose, ein, ein Boost hat sie, ein Boost hat sie. Das werden wir, das werden wir uns noch ein bisschen aufheben. 5 FP, danke schön. Was Primrose an den FP heilt, ist jetzt nicht wirklich viel, aber, es sind 5 FP und 10 FP kostet ihr starker Schattenheimdruck. Also ja, Nicole, völlig richtig. Ich hatte 20 gedacht, aber hab da nochmal selber geguckt. Das ist dann doch ein bisschen mehr. So, mit dir tatsächlich, solange wir dich nicht hundertprozentig brauchen, würde ich weiter auf Vergiften gehen, weil Kleinvieh macht auch Mist. Erst recht mit diesem Boost. 6 Runden weiterhin vergiften, super. Ich würde mich ja freuen, wenn das in irgendeiner Form auch stacken würde. Aber naja. So, als nächstes bist du dran. Das ist ja doof. Äh, und er danach. Okay. Na gut, langen wir halt einfach nochmal rein. So, Primrose ist ready. Ich mach jetzt einfach einmal, weil wir haben volle FP. Och, guck an, 400 noch was, und 500 noch was ausgezeichnet. Komm raus, super. Sie ist mit dem, mit dem, mit dem, ähm, elementaren Angriff nicht wirklich weit hinter Service zurück. Also zumindest, was die, was die, ähm, was die Werte angeht. Guck, können wir uns nachher gerne mal angucken. So, aber bis dahin machst du auf jeden Fall erstmal hier. Jetzt bist du gefragt. Jetzt bist du gefragt. Erfin ausgezeichnet. So. Und bei dir, ja, mein Gott, komm mal hier. Einfach mal, ach süße, Kollege, eins ist schon weg. Ausgezeichnet. Ist natürlich den starken Elementarangriffen zu schulden, kann man gar nicht anders sagen. Ach so, Primrose ist jetzt schon wieder so ein bisschen down, aber zumindest einen andurch kann sie verteilen. Er kann ruhig öfter Primrose angreifen. Sie greift nämlich zurück an. Verstehst du? Sehr gebrochen. Sehr gut. Hat er sich gerade vorgedrängelt. Ich bin mir ein, ich habe gerade Sirius vorne gesehen. Kann mich jetzt auch geirrt haben. Egal. So, und Sirius selbst, du könntest eigentlich mal, wenn du nichts Besseres zu tun hast, hinten weiter analysieren. Auch wenn er gleich weg ist. Wind doll. Danke. So, aber jetzt kannst du ruhig mal vorne noch einen von denen reinhauen. Sehr schön. Einer, einen hat er noch. Einen hat er noch. Wir sind völlig auf Sirius hier angewiesen, was hier die Schwächen von Kollege Rufus angeht. Interessant eigentlich. Okay. So, ach, okay, einmal hinten reinhauen. Reicht noch nicht ganz. Und Umtritt. Oh, 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 Primrose. Primrose greift zurück an. Ausgezeichnet. So, ähm, was machen wir denn mit dir? Noch einmal, noch einmal angreifen. Einfach nur sehr gut, weil Boost, Boost aufbewahren. So, und du, du wirst jetzt einmal, du wirst jetzt einmal ein wenig dicker hier angreifen. Äh, Entschuldigung, ähm, heilen. Weil wir haben das alle gerade ganz ruhig benötigt. Dankeschön. Wisst ihr? So macht man das. War eventuell verschwindend, keine Ahnung, aber sah gerade ganz günstig aus. So, zwei Runden kann er noch, ähm, ich bin am schwanken, ob ich jetzt heile oder direkt mal weiter, weiter vergifte. Wir haben gerade einen vollen Boost. Verkehrt wäre es nicht. Neun Runden maximal ausgezeichnet. So muss das sein. Zwei Pumos. Einen, einen musst du noch. Einen musst du noch, dann hast du drei Boost und dann kannst du schön in den Dunkelangriff reinhauen. Du bist direkt mal fertig schon, okay. Und hier haben wir zwei hier bereits. Wir haben bereits zweimal Boost. Wir machen einmal diesen, dann ist er kaputt. Äh, ne, K.O. Wollte ich damit sagen. Oh, cool, cool. Handlanger ist weg. Du bist bis dann. Und jetzt können wir ihm richtig schön eine plätten. Eieieiei. Also, ja gut, auch so bringt der wir natürlich ganz furchtbar viel. So, guck mal hier. Der ist nur für dich, Kollege. Zweimal tausend fünfhundert. Das ist einfach unglaublich. Pumos, direkt mal hinterher macht der eigentlich mehr schweren Dunkelschaden und allen Dunkelschaden. Also ich nehme mal an, der macht nicht unbedingt weniger. tausend siebenhundert Pulm raus. Sie hat sich gemausert. Auch ohne, auch ohne Elementargedöns Nüsse. Jaja. Also, klappt schon. So, mit dir. Mit dir können wir tatsächlich auch einfach mal eine, eine Attacke reinhauen und zwar Amputation. Ist auch nicht schlecht. ja, 462 kann man haben. So, und das war's. Oh, jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wieder da mit sieben, aber er hat keine Handlanger mehr und hoffentlich holt er auch keine mehr. So, dann, äh, mit dir weiter. Schön, eins nach dem anderen wieder hochheilen. Hier ausgezeichnet. Die Pulm raus. genau das gleiche. Erstmal einfach den, den Boost steigern wieder. Bei Therion, Therion, oh, guck mal an, ähm, der gute Sirius hat leider keine FP mehr. Bum, bum, oh, zweimal voll im Magen, Alter. Unglaublich. So, das heißt aber, wir können jetzt ja einfach mal, wir können, wir können einen, einen Boost brauchen noch, Therion. Pass auf, das ist gleich unglaublich. Primrose ist bewusstlos. Rufus hat Primrose bewusstlos geprügelt. Das ist ja unglaublich. Es ist so Solarplexus, tut echt weh, Leute. Ohne Scheiß, aber auch gegen Kopf kann echt nerven. Halt, nehmen wir, das wollen wir jetzt aufheben. Ich rück mal so, ich rück mal so total automatisch die Boost-Taste hinten. So, hat irgendjemand besonders Bedarf? Eigentlich nicht, aber ist egal. Rufus selbst ist noch sechs Runden hergiftet, das ist okay. So, jetzt ist Herion dran, Pass auf, pass auf, was wir jetzt hier machen, eins, zwei, drei, und FP teilen. Pass auf, pass auf, pass auf, das musst du gesehen haben. So, 151 von 102, du kannst ihn über, du kannst ihn über FP quasi, er hat jetzt 151, obwohl er nur 102 maximal hätte, ist das nicht geil? Ich weiß nicht, Nicole, weißt du das schon? Ich finde das super, ich finde das super, ich meine, am Ende des Kampfes ist es weg, ja, Serium braucht jetzt erst mal mindestens vier FP, um wieder FP stehlen zu können, aber schon geil, ne? Egal, weiter geht's, braucht jemand Heilung? Eigentlich gerade nicht, ne? Das mit dem Dings auf, das mit dem Gift Dingsen bringt jetzt auch gerade nicht wirklich viel. Wir könnten Primrose eilen, äh, also Dingsen, ne? Hilft drin ist, und sie ist, sie ist ein wenig Immuna gegen bewusstlos klopfen, ist das nicht schön? Ich glaube, das ist schön. Was ist der logische Kurs auf Aktion? Pass auf, einfach das hier. Bum, bum. Bam, bam, Elf, ist der überhaupt voll immun dagegen, und sie hat's direkt abgewählt, hast du gesehen gerade, ja? Und sie hat sogar zweimal dann zurück angegriffen, das ist ja cool. Okay, ich meine, es stand nicht so direkt in der Hilfstartigkeit, ja, aber sie macht das halt hier. Pro anvisierten Angriff greift sie zurück an, das ist cool. Das ist einfach nur cool. Iki, äh, Therion, Therion, Therion. Junge Frau, ähm, mit dir müssen wir irgendwas machen, und zwar, ja, sie sieht jetzt doof aus, aber anregende Pflaumen. Haben wir noch was Kleineres bezüglich, äh, FP? Nö, ne? Also ganz klein, ich brauche bloß 4 FP halt, ne? Wir brauchen nur 4 FP, wir könnten einfach mal ein Lichtstein werfen, Lichtsehlstein, fügt allen Gegnern Lichtschalen zu. Das ist für den totaler Overkill, wahrscheinlich Süßigkeiten, hier. Äh, achso, Baumnuss, regeneriert, äh, regeneriert geringfügig FP, wie wir sind denn das? Geringfügig, ach, ausgezeichnet. Wir brauchen mehr Süßigkeiten, der wird total, der wird total das Leckermäulchen, was das angeht. Okay, so, äh, Plumpenhaus mit 3 hin, was können wir denn mit hier eigentlich mal einfach, einfach so machen, gar nichts eigentlich, ne? Ich weiß nicht viel, wir warten, warten, weiterhin auf eine gute Gelegenheit warten, hier, den fettesten Schaden der Welt rauszuhauen. So, und mit hier, ja, mein Gott, man kann schon mal ein bisschen runterputzen, den Kollegen. Wie weit ist er denn? Der ist immer noch bei, der ist immer noch im weißen Bereich, ne? Das ist schon krass eigentlich. So, wie viele Runden sind wir jetzt immer vergiften? Acht Runden, das heißt, das ist jetzt tatsächlich einmal zu viel. Das reicht schon. Wir kommen ja nur auf maximal 9, ne? Aber es ist eine schöne Sache, die hier Elfe machen kann. Einfach mal, jede Runde ein bisschen dort drauf, ne? Sauber. So, und du, das FP-Steel macht doch übel Schaden übrigens. Also, das war jetzt nur so ein bisschen, ja? Und ohne K.O. gut. Aber hat dir halt doch mal 38 FP wieder zurückgegeben. Das machst du zweimal. Das ist halt wieder voll und kann wieder, äh, äh, kann wieder Service heilen. Cool eigentlich. So. Äh, seht ihr alle boostmäßig gut drauf. Okay. Dann, wenn wir nächste Runde ordentlich loszimmern. Oder meinetwegen auch schon diese Runde ist mir egal. Achso, dann kann man den eben hier. Reicht. 1600 ist unglaublich. Komm raus. Ich bin begeistert. So, und mit dir genauso soweit. Erstmal zumindest mit der Axt. Hier, 1400. Krass. Ich weiß gar nicht, ich müsste eigentlich nochmal analysieren und gucken, wie viel er überhaupt hat, ne? Äh, später vielleicht. Aber jetzt erst mal, jetzt ist erst mal anderes wichtiger als zum Beispiel der ordentlich fetten Blitzschaden hier. Zweimal 1500. Schön, 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 schön. Jetzt ist er im gelben Bereich. Äh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und es ist immer noch gedingst. Da können wir noch einmal reinhauen. Ein wenig kleiner, nur 848. Dankeschön. So, und Elfen ist durch. Elfen ist durch, Elfen heilt. Beziehungsweise Erster hilft. Oh, Rufus nimmt einen tiefen Atemzug. Wir sollten, glaube ich, verteidigen. Oder so. Wer könnte ihn angreifen? Primrose zum Beispiel. Ich meine, sie kassiert dann zwar, aber kann auch wieder zurück angreifen. Ist aber völlig sinnlos, weil er hat keine Schwäche gegen sie. Egal. So, äh, oder wir nehmen es einfach mal mit, ne, Therion hat ziemlich wenig Leben. Wir gehen erst mal auf Verteidigung. Wir werden am meisten Leben. Primrose hat dann, ne, Elfen hat tatsächlich am meisten Leben. Okay, wir könnten mit dir, aber auch gerade mal, ich will mal gerade gucken, wie viel hat er denn? Er hat noch 8000, sehe ich das richtig? Das ist aber ein bisschen seltsam. 30.000 hat er gehabt und war eine ziemlich lange Weile im weißen Bereich noch und jetzt bei 8000 ist er plötzlich im gelben. Okay, ich weiß nicht, ob die Quadranten weiß, gelb und rot gleichmäßig verteilt sind. Ich zweifle gerade dran, Also auf so einer Lebensenergie-Skala quasi. Äh, ja. So, Pumorus, guck mal hier, antasten, einmal antasten. Kommt nicht zurück, ist ja schrecklich. Der macht's aber spannend, der Kollege Rufus hier. So, haben wir noch jemand zum Heilen? Klar. Klar, klar. Ach so, ja, hier, gut, äh, Service, ja, ich hätte das Therion gesagt. Aber okay, geht das nach Prozent oder geht das nach, geht das direkt nach den Lebenspunkten, die die Kollegen noch haben? Hm, absolut, keine Ahnung. Warum auch? So, noch einmal den da, Dankeschön. Oh, linker Mann, bam, kriegen sie alle eine. Na Gott sei Dank haben wir Therion geheilt. Der, äh, nicht geheilt. Und Service schon, der jetzt drei Runden K.O. ist, ist ja furchtbar. Okay, Therion aber auch. Ei, 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 ei. So, was machen wir denn mit dir? Humrus, ähm, draufzimmern, weiter draufzimmern, tatsächlich. So, und mit dir müssen wir jetzt erstmal, oh, ja, wir müssen definitiv auf jeden Fall mal Therion hier ein wenig anheilen. K.O. haften können sie ruhig noch, Therion ist bewusst, hat nach Hilfe gerufen? Nein, das ist ja schrecklich und die sind gegen Wind. Das sind andere Typen, oder? Nee, oder? Nee, weiß ich nicht, war das von Olli von Olli, auch schon Wind? Kann sein, hab ich vergessen. Icki, Ehe, Prüroos, mach doch mal was. Zum Beispiel, ich weiß nicht, jetzt kannst du zum Beispiel zumindest wieder was machen. Dann wollen wir hinten einen der Kollegen schon mal aus dem Spiel nehmen. So, und du machst jetzt mal rehabilitieren. Auf, und wie nehmen wir denn da? Erstmal er, okay. Erstmal der Service. So, da ist auch schon wieder direkt neu dran. Achso, jetzt sind deine FP, alles aber schade. Na gut, nimmst du halt auch mal eine anregende Pflaume. Genau. Stimmt ja. Und das für ein heftiger Angriff hat er noch mal. Das ist ja unglaublich. So, noch eine Runde den da wegnehmen, danke. Muss ja auch mal sein. So, und du, oh Gott, du bist toll. Du bist toll und kannst einfach mal reinzimmern. Jawohl. Sind die Kollegen hinten schon wieder weg. Einmal Angriff auf Therion, mach das ruhig. Hat er, hat er Therion aus der Brustlosigkeit rausgeklopft. Das ist ja hilfreich. ausgezeichnet. So, einfach mal draufzimmern. Ja, 400 Angriff, warum nicht? Rimmhoos musste noch durchhalten, ne Runde. Und, äh, Rufus ist im Roten. Okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, einmal, einmal einfach so Blitzschaden. Weil, warum nicht? Damit der Boost nicht, als er weiter runter geht. Bam. Ui, und zurückgehauen. Rufus ist mit tiefem Atemzug. Toll, schön für Rufus. So, das heißt, wir haben auch erst mal ein bisschen Ruhe, ne? Glaube ich. Achso, und der Gift hält auch nicht mehr lange. Ei, ei, ei. Also, von Elfin, das Gift. So, Kumrus, wieder ein wenig geheilt. Ich bin bereit. Das wäre schön, wenn wir ihn noch ein bisschen runterklopfen könnten, bevor er angreifen tut. Wir könnten mit Sirius zumindest dreie. Ne, äh, äh, mit Sirius, da müsste jetzt eigentlich auf vier Angriffe kommen, ne? Das wäre ganz geil eigentlich. Aber dann hat er natürlich nicht mehr so fett Boost für seine Blitzattacke. Aber es wäre nicht schlimm, muss ich sagen. Solange er keinen fetten Angriff macht hier der Rufus-Typ, ne, ist das eigentlich nicht so wild. So. Okay. Ja, ja, ja. Haut ihn, haut ihn, Leute, haut ihn. So, und du nichtsdestotrotz mal ein wenig. Äh, wer hat denn noch ein bisschen? Na gut, die anderen sehen irgendwie relativ gut aus, soweit. Ach, sie ist ja selber dran. Äh. Hat der nicht vorne ein bisschen länger gebraucht? Keine Ahnung. Okay. Wir waren trotzdem auf das Spiel. Genau. So, ähm, ich bin um Hesitaten. Ich glaube, ich glaube, wir gehen auch nur mal sicher und hauen noch mal eine Runde Traubensaft in die Runde. Äh, Traubenessenz. So, Therion, Therion kann einfach mal draufklopfen. Jawohl, sehr schön, gut gemacht. So groß ist bewusstlos, das ist nicht so schön. Und du einfach nur so, ja, alles klar. Reicht das? Nein. Leider nein, nicht so wild. da ist er wieder und zimmert Elfen eine. Die Sau. So, jetzt aber, komm. Was soll's. Hau einfach mal so drauf. 861 geschmeidige. Kann nicht schaden. So, und du müsstest aber auch einfach mit der Axt hier. Du hast viel zu viel Boost drauf. Oh, und da ist er weg. Danke, Elfen. Ha, try again. Das gab ordentlich Erfahrungspunkte, daher ja nicht wirklich die Erfahrungspunkte. 220. Da hatten wir jetzt in der Höhle vorher genauso viele stellenweise, ne? Aber jede Menge Boost-Punkte. Oh, die muss ich mir linksen. Also hier, ne? LBPs meine ich natürlich. Sowie 2000 glatt, wie gesagt, und ein wenig, ein wenig Level. Ja, hier seht das nochmal. Also, ich hab ein 2-3 Level nochmal in der Höhle verbracht, um ein bisschen Geld zu scheffeln. Guck mal, gucken wir gleich nochmal. Wenn ich mich daran erinnere, nach dieser Zwischensequenz. Ha, das Mädchen weiß zu kämpfen. Wie schmeckt dir das, meine Dame? Ist die Rache so süß, wie du es dir all die Jahre vorgestellt hast? Das war erst der Anfang. Ganz recht, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Geh nach Hause, Mädchen. Geh nach Hause zum Edelhof. Dort wirst du die Wahrheit finden, die du suchst. Hust, Hust, Keuch, Keuch. Falls du stark genug bist, dich ihr zu stellen. Oh nein, ich wollte noch ermessern. Primrose, kannst du trotzdem nochmal zwei, dreimal der Ordnung halber? Oh, wie nahm man denn da? Vollhelm Primrose. Noch zwei. Jetzt sind noch zwei übrig. Nur noch zwei. Oh, jetzt sind wir aber schnell wieder raus. Nicht selber? Okay, dann nicht. Fräulein Primrose, es ist also genau so, wie ich dachte. Ihr habt euch geschworen, Fürst Joffrey zu rächen. Das habe ich. Da der Meister tot ist, bin ich jetzt frei. Ich bin euch sehr dankbar, meine Herren. Möge der Glaube dein Schild sein. Lady Primrose, was ist es denn, woran ihr glaubt? Ich weiß es nicht. Das ist nicht toll. Während ich diesen Dolch fest in meinen Händen hielt, habe ich mich das auch immer wieder gefragt. Woran soll ich glauben? Was ist es, was ich tun muss? Wieder und wieder habe ich mich das gefragt. Und am Ende ist dieser Stille Dolch die einzige Antwort, die in meinen leeren Händen verblieben ist. Meinen Vater zu rächen, das ist der alleinige Grund, den ich für meine Existenz finden kann. Das ist alles, woran ich noch glauben kann. Lieb wohl, Ariana. Nicht doch hinhocken, man, da ist ja voll kalt. Ach, meine Herren. Schmacht. Also verlässt Primrose still Schnee. Der Weg vor ihr ist noch lang. Zwei Männer warten noch auf den Kuss ihres Dolches. Und sie kennt die nächste Station ihrer Reise bereits. Die Wahrheit liegt in ihrer Heimatstadt Edelhof. Also macht sie sich auf ins Flachland. Zurück an den Anfang, um dort vielleicht das Ende ihrer Reise zu finden. Herrlich. Schön gemacht. Stilvoll. Und so, Errungenschaft. Möge der Glaube dein Schild sein. Sehr schön. Okay, ja, wie versprochen. Gucken wir noch mal ganz kurz hier rein. Also, beim Status von, äh, so im Vergleich mit Mimros, wir sehen es, Elementarer Angriff 227 und bei Sirius 294. Nicht weit voneinander entfernt. Und die Kappe, selbst, falls euch das interessiert, halt, stopp, da sind wir falsch. Die Kappe, selbst, falls euch das interessiert, also hier, Elementarer Hut hier in Still Schnee zu kaufen für 12.000. Kann ich nur empfehlen. Genauso, also wenn ihr auf Elementarangriff mit Mimros gehen wollt. Obskures Messer, auch das sehr hilfreich. Und ansonsten das Pelzgewand, wo habe ich denn das gleich wieder her? Irgendein andere verschneites Kaff. War das auch hier? Wollte ich gerade mal gucken. Nicht, dass ich euch jetzt durch die Pampa schicke und das ist dann alles hier eigentlich. Jetzt stoppt hier so. Nee, nee, nee. Hier nicht. Hier nicht. Irgendwo anders mit Schnee. Von wegen Pelz, ne? Versteht ihr? Ich habe keine Ahnung, wo ich das gekauft habe. Auf jeden Fall alles gut für Elementarangriff. Na gut, dann machen wir in der nächsten Folge. Mit wem machen wir denn da weiter? Guck mal an, Edelhof wäre jetzt tatsächlich Pumros, Kapitel 3, Stufe 40, aber auch Terion, Kapitel 2, Level 22. Ich habe aber erst mal tatsächlich ein bisschen genug von dieser Ecke hier oben. Tatsächlich. Ich würde mal sagen, ja, genau, Level 22 hat hier drüben noch Thresser. Ja, empfohlene Stufe 22 wäre Thresser und danach dann entsprechend Cyrus. Cyrus wäre eine Möglichkeit, hier in beiden Cuffs zu weit voranzukommen. Mal gucken, wenn mir Kamburg gefällt. Wir waren noch gar nicht da. Das heißt, in der nächsten Folge begeben wir uns auf dem Weg nach Kamburg. Yes. Bis dahin. Tschüssi.